Herzlich willkommen hier auf dem Kanal der A&M zu einem neuen interessanten Thema, denn heute geht es um das Thema, wie du als Firma mehr Gewinn machen kannst. Und ja, dafür habe ich den Alex hier wieder mit dabei und wir möchten dir heute drei wichtige Punkte mitgeben, die dazu führen, dass du eben als Firma mehr Gewinn machst. Und ja, lass uns direkt mal rein starten und mit dem ersten Punkt anfangen. Also das Ganze richtet sich ja hauptsächlich an Handwerksbetriebe und Fachfirmen rund ums Haus, an die diese Tipps jetzt gehen. Was würdest du sagen, was ist der erste Tipp, um mehr Gewinn zu machen? Also das erste wichtigste Thema ist, den Vertrieb im Klub zu haben. Das ist eine ganz simple Sache, aber ich erlebe es ganz oft, dass Leute sagen, ja, also wenn ich will, kriege ich jeden Auftrag. Okay, ja, ist klar. Ich verdiene da noch kein Geld mehr dran. Das ist halt so eine Aussage, die eigentlich das Problem ganz gut widerspiegelt. Wenn ich vertrieblich gut bin, wenn ich weiß, was ich tue, wenn ich gut verkaufen kann, dann kann ich halt auch 15 Prozent mehr durchsetzen, oder, ja, durchsetzen ist, glaube ich, das richtige Wort, als meine Konkurrenz. Und das wisst ihr selber, mit 10 Prozent mehr Umsatz ist bei einem Handwerker mal schnell 100 Prozent mehr Gewinn erreicht. Einfach mit 10 Prozent mehr Umsatz. Das heißt, wenn du deinen Vertrieb gut strukturierst, wenn du da einen guten Ablauf drin hast, dafür sorgst, dass nur die qualifizierten Leute wirklich auch beraten werden, die dafür intensiver berätst. Wenn du dafür sorgst, dass deine Berater nicht beim ersten Widerstand aufgeben, sondern wirklich Einwandbehandlung machen, dann werden die besser performen. Dann werden die mehr Umsatz bringen in der gleichen Zeit und damit wirst du mehr Gewinn machen. Das ist eine ganz simple Geschichte. Auch das Thema Nachfassen, dass man eben nicht nur das Angebot rausschickt und dann schaut, was passiert, sondern dass man eben aktiv nachfasst. Das erhöht alles sozusagen den Gewinn, wenn man diese Angebote dann auch noch gewinnt. Lieber weniger Angebote, dafür mehr Qualität in die Angebote rein. Okay, Punkt Nummer eins, Vertrieb in den Griff bekommen. Genau. Punkt Nummer zwei ist eigentlich auch irgendwie offensichtlich. Man sollte halt schauen, dass man mit den Ressourcen, die man hat, möglichst gut wirtschaftet. Bedeutet, ich sollte mir Strukturen und Prozesse im Unternehmen schaffen. Wenn ich diese Strukturen und Prozesse nicht habe, passiert Folgendes. Meine Leute müssen, damit Sachen erledigt werden, miteinander reden, kommunizieren. Es passieren Fehler aufgrund dieser Kommunikation, weil Leute etwas missverstehen und aufgrund dessen sieht es am Ende dann so aus, dass die, wie statistisch gesehen, 20 bis 30 Prozent ihrer Arbeitszeit eben nichts machen, was dir Geld bringt. Und das kostet dich verdammt viel Geld. Jetzt kannst du dir überlegen, wenn du 20 bis 30 Prozent mehr Umsatz mit den gleichen Leuten machen könntest, auch in der Abarbeitung, wie viel mehr Gewinn das am Ende wäre. Und daher gilt es einfach wirklich, wer die besten Strukturen hat, wer am besten strukturiert ist, der schafft auch mit seinen Mitarbeitern das meiste zu leisten, kann den noch mehr bezahlen, kann aber auch mehr sich selber rausziehen. Also Tipp zwei, schaff eine gute Struktur im Unternehmen, damit du wirklich als Firma einfach auch viel Gewinn machst am Ende. Und Thema drei ist, denke ich, einer der Punkte, die die meisten gar nicht auf dem Schirm haben. Investier den Gewinn wieder. Das klingt jetzt erstmal relativ stumpf, aber wenn du den Gewinn wieder investierst und als Firma wächst, dann wirst du vielleicht prozentual etwas weniger Gewinn machen. Absolut aber gesehen deutlich mehr. Also nur als Beispiel, wenn du eine Firma hast, die hat eine Marge, sagen wir mal, du hast eine Firma, die eine Million im Jahr macht, und die hat eine Marge von 10 Prozent. So, jetzt sagen wir mal so, Gewinn von 10 Prozent am Ende hängen bleibt, sagen wir mal, das sind 100.000 Euro jetzt. Die investieren die 100.000 Euro bei jedes Jahr wieder, um weiter zu wachsen, und nach 10 Jahren sind die nicht mehr bei einer Million, sondern sind bei 10 Millionen, und haben vielleicht auch noch eine Marge von 8 Prozent, dann sind das trotzdem 800.000. Also das ist 8 Wochen mit dem, was davor war. Nur als Beispiel jetzt. Das heißt, wenn du wirklich vorhast, viel Gewinn zu machen, dann musst du deine Firma auch zum Wachstum bringen. Wenn du vorhast, mit der Firma klein zu bleiben, dann kannst du die ersten beiden Tipps reichen ja schon aus. Wenn es wirklich darum geht, dass du absolut gesehen viel mehr Gewinn haben möchtest, dann musst du einfach auch bereit sein, das Geld wieder zu investieren, was du davor gemacht hast, und nicht direkt alles rauszuziehen, das Cash wieder irgendwo zu verschleudern, sondern wirklich auch bereit sein, wieder in die Firma zu investieren. Wenn du diese drei Sachen einhältst und kontinuierlich immer optimierst, immer den Vertrieb optimierst, die Strukturen optimierst, und zum Dritten auch dafür sorgst, dass du das Geld wieder reinvestierst, dann wirst du faktisch gesehen sehr viel Gewinn machen zukommen. Ja, perfekt. Das waren drei sehr einfache Sachen. Zu jeden dieser Sachen gehen wir natürlich in weiteren Folgen auch noch weiter ein, das ist klar, in weiteren Videos auch weiter ein. Aber ich denke, das reicht für den Anfang jetzt mal. Ja, wir hoffen, das hat dir geholfen. Und wenn dir das gefallen hat, dann lass gerne ein Like und ein Abo da. Und dann bis zum nächsten Mal. Bis dann. Bis dann, ciao. Bis dann, ciao.